Ich bin Noah. Ich laufe hier am Gässli mit meinem Kurzfilm «Gradzug». Dieser Film ist entstanden, als ich noch an der ZHDK studiert habe, an der Zürcher Kunsthochschule im Bereich Film. Ich konnte diesen Film aber erst dieses Jahr fertigstellen, weil wir noch bedingt nach der Reise machen mussten. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt schon zum dritten Mal am Gässli laufen mit einem Kurzfilm. Auch jetzt ist es, wenn man hier ist. Nach wie vor hat man das Gefühl, dass hier eine Handvoll Leute zusammenarbeitet und einfach geil findet, etwas auf die Beine zu stellen. Mehr oder weniger bescheiden, aber es ist trotzdem cool. Es macht riesen Spass. Es ist auch in einem angemessenen Rahmen, auch wenn man die aktuelle Situation einbedenkt. das gehen würde new aufwärsend sein. Es ist auch eine veuredown bei einem Te organisinen kommen habe,